Wie kommst du hier? Schade wieder, Alter. Du bist doch zu kötzen. Du bist drauf. Hallo, Chad. Du bist ja doof. Also, herzlich willkommen zu unserem Vlog heute von Nacht in Profiburg. Wir haben Saisonabschluss, wie jede Fußballmannschaft hat Match-Support logischerweise auch einen Saisonabschluss. Und wir haben uns drei Tage Zeit genommen, um zu bieten, das eine oder andere Bier zu trinken und die Steinchen. Das ist so branded. Schablome was. Und nehmt euch einfach ein bisschen mit, wenn du wickst, beziehungsweise es ist auch ein bisschen zu verabschluss. Wer ist denn wir? Jonathan Palm. Tom Tretter. Jetzt Wölbe Kielinger Bühl. Moritz Liss. Und... Pony. Pony Bernardo Bay. Tschüss. Gibt da einen Leibgenust? Schaffst. Na, und fahren uns. Also da sind keine pönnischen Bronner. Haha. Besuch. Da sind wir das so. Ja. Beide. Du bist das so. Paris 같아. Platt zum Votten. Fertig. Lass uns so etwas ein. Bist du? Dost. All du im Schiff mit? sag mal unsere einkaufslichter französisch bitte bieres, fromage, getränke sind da hey Tom welche handtasche ich eigentlich auf der fashion week gerade in von der Marke Kronen Bug das Material ist sauber verarbeitet, einfach auch geschickt, passt gut weil es rein macht Sinn, also ich würde mich nie interessieren trinkst du mal Hanewasser trinken, doch ein bisschen im Rheingebiet trink mal Hanewasser hier, geht es jetzt muss ich wissen was Zucker heißt Sucre wie? Sucre so wie ich nein das ist jetzt nur für den wie fandest du deine letztes mal mit der mit der Wurst im Mund war auch süß war gut oder? ich bin ja Vegetarier und es ist unfair und es ist jetzt wegen der Kaffeemassive oh ja wuuuuh Kampione Abstöker, Abstöker hi okay tsch tsch da zieht mir den Mobulen drauf über Join red medienmobil in freier Wildbahn der tarnsig auch echt gut das sind ungewöhnliche Bilder stimmt man erkennt ihn es wahrscheinlich nicht da muss man schon ein Auge für haben geh mal da merkt man Die Jungs kennen sich nur digital aus Marius, das Bier ist zum Trinken da Thema Essen, was gibt es heute? Rute di mare Rute di mare Essen Essen Abendgestaltung Ich spüle, nur ganz kurz Ich spüle Das war ein Menschenclub, ich blende das ein Der Stuf sagt, ich werde dir holen wir was Der Chef macht bei uns Ich habe gerade gekocht Okay, ganz kurz Das was wir hinter diesem weißen Schieber ist durch die Spülmaschine Das nicht Halt mal davon Ja Relegation 22 Vora Der Mann spielt Relle am Sonntag Ich spüle Sondern da einmal so ein Schwamm in die Hand Guck mal wie ich spüle, ich spüle, ich spüle Ich spüle Siegerspieler 1 Liss Fetter Sag es nochmal Aber hier die Jungs wollen ein Rematch Also das Duo Schmiedelpalm Oder vielleicht eher mal zwei Spiele Oder vielleicht eher mal zwei Spiele Naja Man weiß ja, dass sich der Mann so für wichtige Spiele vorbereitet hat Was ist das meiste Endcard Ähm, Matchreport zu 2 Abschluss Tag 1 Ähm, wir hatten eine sehr gute Zeit Und wenn ihr das ganz witzig fandet und wissen wollt wie die nächsten zwei Tage lustig waren Dann bleibt dran Folgt uns auf allen Kanälen Vor allem auf YouTube Und bis morgen Ja Achso, fühlen wir uns jetzt gegenseitig oder wie? Die Flockflocken Das ist immer ein Orkwort Wie heißt das Wort? Orkwort Lass das Wort Lass das Wort